Aaaaaaah! Das war 2 Gucs. Er ist 2 Gucs. Er ist 2 Gucs. Er ist 2 Gucs. Richtig ein Deutscher. Ja, Pünktlichkeiten so, weißt du Albi. Ach, das ist auch nicht mehr Deutsch. Komm, was soll's, Mann. So, Pünktlich sieht die Deutsch nicht mehr. Auf geht's, Nikola. Weiter. Swanee, hallo. Kai, du de Katze. Schön, dass du da bist. Nein. Tom, du bist so ein Vollidiot. Oh mein Gott, Alter. Hahahaha. 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 Ey, er will einmal Movie-Link machen und schluckt sie zu 100%. Ey, Junge. Lade das auf vorne ab hoch, Junge. Die ist mir in die Unterhörse getrunken. Einfach in den Katheter geplumpst. Hey, Mann. Hahahaha. Los geht los Team. Alles gleich hin. Du musst mehr links, Alter. Kein Problem, Nikola. Gute Trompete an der ersten Reihe. Was geht Jungs? Der einzige Antwort, den ich kenn. Schlamm, Abis. Ula, nicht gemacht. Ganz normaler Dortmunder Flang, oder? Wie wird das so geschrieben? Krass. So mit N-A. Okay, Timmy, zeig mal, das war's für ein Rollstuhl. Hast du gesehen, wie ich dich reingedrückt habe, Nohomo? Besser ist. War ja voll hinten drin? Okay, ab geht's. Ja, Türken zu fünften Messer waren schon immer stabil. Ja, die waren immer stabil. Äh. Offensichtlich wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte im Chat, dass er alleine kommt. Äh. Und auf einmal, hey, sorry, meine Q10 wollte mich nicht alleine gehen lassen. Gut, come back. Ich hasse diese Drecksmappen, man kann nichts machen, Alter. Erstmal 40 Sekunden Smokes, Alter. Hab mit Geduld, auf jeden Fall. Wir können ja Gentleman's Agreement machen, dass wir einfach beide Seiten keine Smokes benutzen. Nein, das meine ich nicht, aber du kannst halt nichts machen, wenn du Snow kickst. Schöne Wettbewerb. Ich werde jetzt der Banane vor das Holz gehen. Ja. 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 Mit der One-Shot. Ja dann, das ist ja... Two and Five. Mit der One-Shot, dann gehen der B, weil wir schieben, Alter. Wir sind Legenden. Töpik. Einer. Der will Flash oder so kommen oder? Der Lenk ab für rechts. Wird euch close flashen. Aber sie hat sich flaschen. Nein, 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 halt hier einfach. Wollen wir B-Executen? Ja. Hast du noch... Wir have Coilsmoke um die Russian CT, okay? Okay. Dann musst du fliegen, Tom. Ja. Kann man sterben. Close, Tom. ZT schiebt. Boah, Perfektes Time, gemütlich. Der steht jetzt wacke. Der nackt. Zweite. Erste. Hey. Der kommt nicht gepusht, Alter. Das ist fucking smoke, Alter. Wann kann der für 16-Motor sein, geiler Hund? Äh, hab ich hart verkackt. Was ist das? So ein Taxi, Alter. Die Waffe mach ich als nächstes auch rein. Jeder fickt mich mit dieser Waffe. Welche? Diese P-2000. Ja, die war schon immer. Kennst du den Nimbus-2000? Der fickt auch alles im Spillage. Kannst du versuchen, B zu ficken? Ich nade hinter dir. So, ich nade Pool und du fliegst gut, okay? Ja. Gib ihm One-Shop mit hin, wenn der Scout kommt. Aber, dass er nicht auf dich kommt, direkt. Auf dich weg. Einer down. Dick, Junge. Ach, komm, Alter. Ich hab noch ne Flash. Schande. Einer. Ich hab auch noch eine Grenate. Einer nicht mehr. Er ist weggelaufen. Er ist spoked. Einer hit. Gold, Einer. Einer hit. Weitere Spot, weitere Spot. Woosball, woosball hier kommt. Woosball hier kommt. Woosball hier kommt. Woosball hier. Ich bin da. Ich hab noch mal Go-Flash für euch, wenn ihr wollt. Gim auf. Wollt ihr noch mal Go-Flash? Warte noch kurz. Dimm, du kannst noch CT smoken. Ja. Ja. Ja, bring. Komm. Und CT, Sir. Nicht Flash, aber CT. Ups, eins wahrscheinlich. Ja, Y. Y-Colz wahrscheinlich gerade. Ups, Ruine. Daumen, Base, Einer. Base, Einer. Base, Einer. Base, Einer. Feig, Boots, Feig, Boots. Feig, Boots. Feig, Boots, Feig. Pflege einfach. Flash, glaube ich. Nein, Mann. Ach, Schade, Mann. Oh, den kann ich hören. Warte. Warte. Der wirft eine gute Flash, Alter. Der wirft irgendwas. Ihr wisst, was wir jetzt kommen, ja? Ja. Er ist von dir, Fahrteam. Wir müssen noch mal schlaufen. Wir haben sogar drei ARK, also wir können die Kut mitlaufen. Ich glaube nicht. Dann haben wir alle perfekt verteilt. Manpower plus eure Zaubergranaten. Da war noch mal eine Smoke. Lass uns mal Banane blocken, bitte. Miguel, komm. Mhm. Lösch für dich, wenn es sein muss. Molle und oben. Du kannst mir einfach Mauer flashen, denke ich. Wir haben eh keinen Morder da oben. Warte, ich molle hier aber. Ja, ja. Hier mit dem Spiel. Ja, danach kann ich... Hand pushen. Ja, Hand pushen. Jetzt fängt man gleich. Wir müssen gleich runter, Tom. Bring uns. Weiner ist bitte runter. Weiner ist bitte runter. Ich geh mit Tom. Ich geh mit Tom. Weiner ist bitte unten. Er ist bitte unten. Flasht in. Hau es auf, Weiner. Frei. Ihr könnt hinter der Smoke sich erarbeiten gerade. Hau es oben, hau es oben. Kommt rum. Hau es down. Mitte unten, Mitte unten. Down. B ist letzter. B ist letzter. B ist letzter. Der hat Flash gekriegt gerade von dem. AK liegt noch falsch in die Crew. Könnte jetzt schon lang sein. Ja, BW. Der hat kein Geld jetzt. Ja, ich leg die ja immer gerne ab, BW. Kannst mir eine Dandelwaffe legen auch. Dann kann ich vorgehen. Ja, klar. Oh nein. Hier. Wir sind schon hier. Wir haben einen Pack 9, als die Milizone leer geht. Der hat Bananeflash ist von der Tür. Wir haben eine Flasche. Du hast jetzt jede Mauer mitgenommen. Oh, heil. Letzige Smoke. Ich hab den getauft. Ich halte die Mauer alle für fullen. Räder war full. Flasche. Ich hab den geladen. Flasche um links. Kann Sandbag sein? Nein. Nein. Läuft. Okay, Base einfach einmal. Okay, komm. Einer schiebt schon. Ich flasche noch einmal. Lass uns die mir einfach hier drauf schicken, oder? Ja, oder ich schicke mich drauf. Mach Base-Smoke, Nicola. Ja. Gib Go-Flash und ich gib Base-Flash. Perfekt jetzt. Ich hab noch eine Frage. Gibt du Go-Flash, Brun? Ja. Ich gib Base. Ich smoke und dann gleich, ja? Beruine einer. Und dann kommt. Unten. Y. Y. Drei hier. Drei hier. Ich hab Bananen unten zu, Jungs. Keine Granaten mehr. Waffen, das hältst wahrscheinlich schon. Einer ist unter. Ne. Kann auch schwarz sein. Kann auch schwarz sein. Pass mal Treppen auf. Action. Action. Lang oder Library? Lang. Mitte, um. Ne, Mann. Sperr. 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 Moina. Ja. Wie viele erwachen wir schon, die Nightwood in diesem Dreckspiel, weil eh nicht funktioniert. Überhau, schöne. Überhau, schöne. Überhau, schöne. Überhau, blazing. Überhau, blazing. Mit Molo, Haus, Timmy. Ja. Banane, Flash. Flash. Oh nein, ich hab's überwacht. Ich hab's noch mal Banane über die Flasche. Flash, oben jetzt kommt. S-Pool. Drei. Kommt. Der weg, Timmy. Pause, auf. Down. Echo, Echo, Echo. Echo. Bitte nichts. Kann einmal CT hochflaschen. Die Flasche. Schnauze. Ich hab mit mir geflogen. Ich hab mit mir vorhin. Eins. Drei. 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 Ja, das war jetzt schwer, also. Okay, das hab ich... Das war ein bisschen sehr kompident. Wie schnell der Plan kommt. Banane. Beste Baum. Nie wird GOP gerettet! Geh mal mitte rum. Okay, ja. Ja, ich geh mit dir. Ja, ich geh mit dir. Ja, ich mach mal Glätten. Banane, dann. Nein, nicht runter links. Kann man links haben, ich glaube. Ich geh mit dir. Ja, ich bin so gut. Ich geh mal runter. Okay. Ja, ich geh mit dir. Wo Flash lang? Ey, das hab ich von Flat nackt gemacht. Mollo mit. Von dem Mollo, von dem Mollo, von dem Mollo. Was muss ich? Flash um links gleich, warte. Ja. Ja, sind ready, link. Haus oben gesmog, ne? Action down. Sorry, das war überrecht. Haus oben abgesmog. Ich smoke Bogen ab hinten, ja? Also kleinen Sand. Welcher Bogen? Wenn ihr Langdruck macht, ich kann raus. Ganz hinten, ich mach Bibo Smoke, ja? Ja, und Flash. Nein, nein, nein. Ich hab doch schon kleinen Sand abgesmoggt. Ja, aber wir brauchen... Umlaufen wollen wir. Ach so, ja, ja, okay. Ah, okay. Jetzt hab ich sie nicht gewaffen, Alter. Ja, ist okay. Calm down. Spot low, spot. Ein AP im Spot. Vielleicht sogar noch in der Sandkast. Warte noch, warte noch. Okay. Er kommt rum. Du hast ein gutes Frame von mir. Unlück haben wir dich dabei, Mann. Auf die obere Stirn geämt. Auf die... Auf den fehlenden H-Ansatz. Oh, ich bin aus Versehen mit meiner Wurstfinger auf Windows gekommen. Tom, werf du HE, ich werf Molly. Ja. Mit deiner gejunkt? Ah, ey. Und ich stehe in Mollo. Boiler drin. Der ist still. Ja, aber... Oder er ist vor Outlook gegangen. Ähm... Der hat mal Sandbags. Kann mich da niemals machen, Alter. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Da sind wir raus. Da ist eine Banane. Da ist Zeit, mich helfen zu sein. Haben wir. Nein. Gehen wir drauf, dass wir uns hinter uns haben. Weil einer ist schnell hinter uns. Warte, wir holen uns den von hinten. Ja. Oder wir holen uns den von hinten. Bitte. Bisschen. Überleben. Bei. Nochmal Coltsmog gleich. Ich kann auch nochmal Base smogen. Bitte unten. Wie verletzt Wiener die Runde da? Wir campen gerade ein bisschen. Ja. Wir sind auch alle low. Hier ruhig einfach ein bisschen drauf, Nico. Rush mal bitte, Demi. Ja. Da ist wieder los. Wieder der Typ von hinten die Runde verloren, ne? Ja. Wenn er einfach seine Gier nicht unter Kontrolle bekommt. So seid ihr, Alter. Ihr Morrox, Alter. Viel zu gierig, Alter. Alle wollen sofort Santaris sein. Alle wollen sofort Santaris sein. Das ist relativ oft sehr intelligent. Relativ. Relativ. Nein. Jetzt ficken sie auf. Grenade. Der schon oben links kommt. Einer ist oben. Einer ist oben. Ich hab das gedocht. Stand back slow. Können wir A-10? Ich smoke base einmal. Nein. Er hat Headshot durch Wand. Er hat drei Schaffte oder so. Witten und der ist ein Party. Ich glaube, es ist noch zwei. Das ist einer. Das ist immer langlich. Dann, oder? Oh mein Gott. Der Banane-Spieler hat ein, zwei Hits, dann. Oh mein Gott. Der Banane-Spieler hat ein, zwei Hits, dann. Der hat ihn, oder? Ich hoffe, einfach mal. Ich hoffe, einfach mal. Sie lassen sich billig vernärfen. Eigentlich hatte er Banane-Kontrolle, weil sonst hätte der andere geschoben. Wie du, doch, glaubst. Auf'n B-San eigentlich? Was geb ich denn? Ein Rippchen. 18 HP, man. Der lässt den anderen einfach so ein Kilometer Leiner da, Alter. Ich geb mir nur aus 27 in 1. Das ist mal wieder. Pet Low von mir, Mann. Du musst die Viren an sich stellen. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht einfach auf die Stirn ziehe. Anstatt auf die Eier. Ach, das gibt ein Pre-Aiming-Fail von Gott. Ah, wenn ich den Frack hab, dann muss ich probieren. Woller gleich nochmal oben nach. Woller? Woller? Ich geb mir mal Restgekehr. Woller auch nochmal. Ich hab nur Mitte-Push. Ein falscher Push. Mehr hab ich nicht. Woller? Mauer. Da ist noch einer. Da sind wir noch eigentlich. Haus, hab gesmoked oben. Kannst du Base-Smoken? Flash? Ja. Sie sind gerade selbst jetzt gekommen. Ja. Noch einer wahrscheinlich. Ja. Mit der auch nicht zu gut. Hat er einer Base-Smoke-Flash? Mit oben. Hat er nicht. Hat er nicht gesmoked gewesen. Warte nein, oder? Ich hab das eigentlich mini gecheckt, dachte ich. Ich hab das noch nicht. 2, noch einer fest. Ich geh mit dir, ja? Achso, du bist gar nicht hier. Ich hab schon mein Gott frei. Ich komm zu euch, seid noch was cool. Ich hab noch was zu tun. Ich hab noch was zu dürfen. Es ist wieder Rippchen. Oh, Mexico. Wir Bomben machen hinten, Nico. Danke dir. Für 5 Monate, Mann. Schön, dass du weiterhin am Stizzle. Ich fliege einfach erst. Kann Base durchkommen. Wir spielen gegen 2x. Ja, Mann. Das ist geil, ey. Wir spielen gegen 2x. Das ist gut, Alter. Das ist richtig vital. Schön, das Ding. Ja, ein. Mies. Danke. Auch die Venomenser, bitte. Let's go. Flasch mit dem hoch. Und nade. Aus. Throw in a flashlight. I am dropping again. Nade. 2x. Later, Alligator. Das sind so sicke Bomben, Alter. Ist der Def oder Vongang? Ich hab Def. Ich hab Def. Aber, ja. Ich smoke kurz. Ja. Ich smoke kurz ab. Und ich flash Mitte. Komm. Umdrehen. Ich mach halbe Hübsch. Ich war fest in der Nacht. B ist auch zu zweit gewesen. Der hat auf jeden Fall nochmal an den Support-Less gekommen. Down der. Ich dräng B nochmal zurück, Jungs. Ich bin auf riesige Bibliothek rein. Ich bin vor BB. Ich hab noch einen Molo-Meg gehabt. Der sich zählt hier. Ein Action down. Der sich zählt hier. Ich habe mit dem anderen B. Ja, letzter war B. Ja. Den hab ich hier gehabt. Der sich sehr beschlügelt nach dem Boni an. Nikola. Ich komme. Ich leg dir. Danke. So, die Waffe bin ich zu dir. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Man könnte auch sagen, dass dein Wurfarm ein bisschen gelitten hat im letzten Jahr, Demi. Ich könnte die Map an den CT-Base werfen. Okay, Demi. Zwei! Können nicht weg! Zwei Demi, weg können! Da hin, Nico! Nico hat gleich Rückenflaschen. Alter, Elkchen, Elkchen, Elkchen! Ich hol den! Zwei von Neem! Geh auf Risiko raus! Elkchen frei! Der ist Mitte runter wahrscheinlich, Tom! Linkste! Kakao ist der Link in die Gute! Mit unten anscheinend frei! Das hat er gerade Kontrolle! Aber der kann raus sein! Wo war denn? Da ist doch keiner mit der irgendwo! Ja, wer muss hier sein, Mann! Warte, nimm ruhig bitte! Wo ist der denn, Alter? Ich hab' eine Flash, finde ich! Ah, Smoke noch! Smoke war oben ein Bananen oder so! Boah, die haben sich Headshot gegeben! Einer hat auch noch! Ey, Ostboy! Was bist du für ein kleiner... Ostboy, vielen lieben Dank, dass du uns hier mal die... ...Legenden hier neu einkleidest! Ja, wir haben auch noch 8 drin! And the fuck! Louis, Hehe, Rochelol! Und Aldi! Und Aldi hab' ich ihn ins Game gebracht, Mann! Aldi! Vielen Dank auch für deinen Support! Go, Mann! Und schönen Gruß an die... ...Neuankömmlinge hier! Master to the Crunch! Vielen Dank auch für deine... ...mittlerweile 17 Monate schon! 17 Monate in 5 Jahren Liebe! Crunchy, ich habe dir... ...Mirage CTB einen fetten Shot gegeben! Ich hoffe, du weißt das! 5 Sekunden bei dir! Vorsicht, Nico! Mikrofon hier irgendwo! Ja, ich guck auf! Nicola, bist du drunk?! Ich esse! Okay! Aber nix... ...Legbewegnis, ne? Irgendwie so'n billiger Snack, oder? So, ja... Ja-Flips! Boah, ich hab' so Hunger, Alter! Und der... Nein! Nein! Er flippt sein Essen! One Daps! Ich bedanke mich bei dir... ...für... ...diesen sexy Raid deiner Seite... ...und dass du mir deine... ...Mates... ...deine... ...One Mates... ...nachts Anfahrt haust! Ist auch ein mutiges Unterfangen! Banane... ...Mitte gespuckt! Was willst du von ihm? Banane in dem Platz? Nein! Nein! Ich smoke es kurz auf, Nico! Hau's ab! Ich flasche Mitte recht, Nico, ja? Mitte Flash kommt! Geht lang! Auch einer... ...Anne kam! Blank! Banane! Er kommt rum, dieser Rippensohn! Er kommt rum, dieser Rippensohn! Soll ich dich ficken, Rippchen? Ich muss mal Fenster zumachen, die Straße hört's! Dass ich Rippchen ficke! Ah! Das ist mal dieser Schatz! Er ist halt... ...mit von oben, wirklich... 88 und 15! Ist das fucking Rippchen! Okay... Oh Mann, ne ne, ne? Ein Neko! Hot Ripp! Neko tilt wegen trockenem Essen! Ganzer... ganzer Mund ist trocken, Alter! Stauplunge! Ich hab gar nichts gegenzuwerfen in der Banane-Team! Ich hab gar nichts gegenzuwerfen in der Banane-Team! Ich höre, wir sollten einfach mal mitteilen nehmen! Und die Banane ist... ...kopflich gewerfen zu haben! Und der Stein geht ja auch für die drei Monate aus! Was bist du für ein großer Mensch! Einer Bananen-Team! Das war ein Auszug von Freunde! Bitte nicht missinterpretieren! Soll ich mal One-Shot-Banane geben, Jungs, damit wir in der Runde sind? Der ist... Der ist... Ja, lass das mal den Papa machen! Einer zieht hinten und einer ist von uns! Wir haben keinen Smoker! Haben Mitte gesmockt! Mitte, Arme! Mitte und Lang! Mach gleich eine Lang-Smoke! Ey, ist hinter der Smoke, Tom! Guys! Ah, das ist Haus drin! Close Haus! Ich... Okay! Boa, hast du gesmokt lang? Lang, ja! Lass den mal holen, komm mal bitte! Halt mich mal lang an! Mauer sich! Da ist nicht Spoiler! Wir sind bitte oben, Team! Du bist allein, ne? Möchtest du die D-Innen nicht hoch? Okay! Ich hab noch ne... Ich hab noch ne Smoke! Können B gehen, wenn ihr wollt? Ja! Wir haben bitte Kontrolle, auf jeden Fall! Call Smoken! Ja! Ich smoke Base! Ready? Ja! Ready, komm! Du machst die erste Flash! Hey, ist einer aufhinke! Ach! Ich hab keine gute Base! Was? Immer noch! Ja, ich verleschte! Sieht was! Zwei relativ schnell hätte der Smoke gewesen! Kann dich boosten! Kann dich nicht mehr boosten! Du musst Colts einnehmen! Du musst Colts einnehmen! Du musst Colts einnehmen! Ah! Winx! 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 Nein! Winx! 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 Ich hab keinen Fokus auf den Winxler! Ja, ist aber auch schade, dass Sparty eigentlich pur den Flashmann und der Typ ist nicht blind! Der hat die Flashmann ein bisschen anfliegen sehen! Aber nicht ganz gegen seine Fusy! Der andere hat auch so einen Below-Off-Engel gehabt! Eine halbe Flash und der wird tot! 5-8-8-9-9-9 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Er hittet instant durch die Smoke aus, ja instant! Es wird da einen nehmen, oder? Mach mal das Spinn etwas응ung! Nein! Nein! Dann bist du wieder raus! ja danke ich gebe die wandelflash gegen kurz ja kannst du eine halbe höchstmogen was ist das ja kann ich kann ich kann ich ja aber vielleicht schon mal lang dann checkst du nur die rechte seite aber ich kommt einmal warte warte ich flasche euch noch mal flasch kommt jetzt abp lang er splint er ist weg ich mach raus laut nimi lang weg habe down haus vielleicht was drin ist dann ja nimi fahrrad fahrrad ich hab noch links durch ich hab mich optimal gespielt habe ich einfach einen fetten shot bekommen von turkoman ich hätte den besser rechnen sollen ich hätte einfach spott gehen den könnte ich einfach machen und das auf maids erwarten aber ich rach jetzt haus könnt ihr einfach wirklich schnell einnehmen und ihr haus rausrechst das spass geschieht da jedes mal hab die gell ich komm mit dir mit ich hab kein equipment ich komm mit meiner dick back dort weg warte ich hab einen was braust du denn links riesen gap in der smoke er smog doch gleich das in der ich hab ne mitte flash ja flash mal einfach so aus dem mach er lang smoke wenn du willst oder wieder halbe höhe ne dann mach er lang oder flash mit und du musst halt mal durch die smoke leider gehen ich gehe durch die smoke jetzt ja unter haupt nicht gesehen ich habe flash sand auch ja kurz hat mich gesehen ja kommt hinter sport man hinter sport und dann fahrrad hat ihn dauernd lang rum kein sand zwei glaube ich sogar colzerra und mini schreit schreit er ist gewert ach warum geht der mit mir im springen schreit mit der technik alter ich bin einfach per bis das er einfach stehen bleibt der action ne ja man ja natürlich ja natürlich du sagst du dass vielleicht oben Gang oder so rum kommt Ich würde B machen. Mir ist egal. Ich habe... Machst du Lamm quasi? Staub trocken Nico dabei. Also ich kann Lamm oder Dings machen. Ja Bruder. Mir ist egal. Guck mal, da bist du jetzt eben. B ist klar. Da schießen 100. Dead, dead, dead. Zwei. Bleib zu cool hier. Wir waren hinten schon. Bombe rüber gedroppt. Zwei da. Zwei Banane. Ich gehe gegen den Spot. Ich schütze vor. Noch einer vor Kult. Grill. Vor Kult. Alles gut, alles gut. Oh, da zieht der nicht rum? Scheiße. Was denkt denn Rippchen? Wie viel Zeit er hat bei dem Reload? Junge, er will auch nur an den Rippen spielen. Dieser Spaß. Ey Junge, er denkt einfach... Ey Junge, wie optimistisch ist er denn? Ein Reload und er kann einfach A rennen oder was? Was ist denn? Fucking Rippchen, Aldi. Ey Nicola, ich brauch dich ein bisschen motiviert an B, Alter. Ich höre nur deinen Staub. Bist du gemütet überhaupt? Ja, ich bin jetzt gut runter. Juh, gar nichts mehr, ey. Er schickt sich ein Tonnen Cracker nach der anderen rein. Er kaut immer noch auf den trockenen B in den Runden, Alter. Ja, also... Ja, okay. Dann doppel-late erstmal für den Rippen. Ich hab 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 den Rippen. Haben gekauft. Ey, der hat schon besprochen. Ich bin unten. Alleine? Du bist da lang. Soll ich die Tieflanz mal um Nico? Ich komm mal um Mitte, bitte. Ich flasche in Mitte nochmal mit Kilo. Ja, ich komm bitte. Ja, das ist Tom. Hast du den Rippen? Ich... Komm mal. Smoked du selbst? Boiler und ich flasche... Boiler drin. Oh Gott! Bitte frei so weit. Boiler drin. Komm, sag doch, dass es schluck ist. Geh kurz, die Boiler vor nochmal. Ja, war das Tor? Ich flasche rücken, Fatty. Sorry. Rücken kommen. Oh, leider. Äh, flasche. Die Timings waren einfach immer scheiße. Ich hätte einfach bleiben sollen, Mann. Ah, 91 Spiel. Alter, ich muss den einfach killen. Lass uns vor außen, bitte, Jungs. Wir haben keine Scheine. Rapp hoch, bis da los. Hallo. Was hat ohne Schally? Ey, ich sag dir ganz ehrlich. Demolition Man, ich hab gerade Bock auf die Pistole ohne Schally, Mann. Mikrofon, der abgedeilt. Nein, Niko ist abgelenkt, Mann. Der flirtet, Jungs. Ich schwöre. Ich seh das, wenn Niko mit dem Schwanz spielt. Ich bin erfahren da drin, Mann. Das hab ich erfunden. Bei der Haus rein. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ich hab den hier auf der Seite. Ja, zufrieden? Ja, gut. Ja, geht doch, Alter. Ich hab bitte gesmoked. Meiner könnte Boiler kommen mit Pisch, Fatih. Ich zieh da so ein bisschen. Ja, ist rum. Ist rum, Tom. Da ist Tom. Alleine gewesen. Ich stehe einer. Einer durch. Einer komplett durch. Ich glaube, er zwei bleibt. Hat der mich gesehen? Da ist er vorher schon. Nein. Läuer. Er kommt mir doch nicht entgegen. Luki rein wegen der Zeiten. Also wirklich rein wegen der Suchzeiten. Sonst immer E-Sportal. Bessere Server wirklich. Macht mir einfach mehr Spaß. Außerdem ist das von unseren Vic-Brüdern, if you know what I mean. Deswegen, one love, one family. Immer zwei Flash. Da hat viel Equip und Tief auch. Ich kann von deiner Wand mal Flash Michele. Ja, halt die ruhig mal, Nico. Außer einer reingejumped. Ich zieh grad. Ich zieh keinen gerade. Willst du mich mal drüber Flash, Nico? Außer einer ganz hinten. Ich zieh nur noch. Gold. Außer Gesicht. Flash mich an meiner Wand hoch. Wird der Hälfte deiner? Beule einer. Warte, er ziehen kann. Das ist nichts, das ist nichts. Doch, doch, der ist von hinten links. Zieh, zieh, zieh. Flash von deiner Wand. Ja. Ja, mach bei mir immer noch. Er ist schon hochflug? 2. Ok, das wusste ich nicht. Ich wusste es auch nicht mehr. Ich auch nicht, Jungs. Bei dem Winkel nicht. Das eine so halbe, wir können nochmal machen. Ja, ich. Aber so clever. Richtig so mit Peter 50. Smoke, HE und Flash. Gut mit der Kippen. Ich geb einfach halbe Hörsmoke-Banane, Nico. Jimmy geh mal mit, äh, closer. Ich halte Smoke. Ja. Molo-Boiler. Tiefe Molo-Pool. Es ist Schnellhaus, rein wieder. Mach mal Hilfe, Auto. Mhm. Bist du weit frei? Jetzt mach mal ne... Boiler. Lass sie machen. Er rennt weg, glaub ich. Smoke, aber ja. 2 Leute low. Einer hat ne super high und einer hat, glaub ich, Headshot bekommen. Action, komm. Noch einen, einer durch. Action durch. Flashe überall nicht. Flashe überall. Flashe überall ganz allein. Flashe überall rechts. Flashe überall links. Flashe überall rechts. Cool. Vorst und action. Schade, wo sind die Flashe mann? Nein, ich habe nicht diesen Turc genommen. Ich habe ein bisschen Aime, Mann. Ich sehe, das war falsch. Haben wir Banane komplett blocken, Nico? Ja, ich molle tief. Und smoke zu tief? Nein, smoke zu tief. Ich habe keine Smoke. Ich smoke danach. Dann molle ich um. Nelle, bitte oben, smoke. Okay. Ich habe ein Aime bekommen. Vor einer hinter. Vor einer hinter. Zwei. Zwei da oben fahrt sie safe. Ich habe nur einen langen. Immer noch oben. Flash oder smoke? Ich mache mir gleich CTBs. Am besten. Vielleicht mit meinem Rücken auf jeden Fall. Warte. Soll ich jetzt? Ja, Mama. Komm. Ich habe nichts gesehen. Den Kick auch nichts gesehen. Ich gehe nochmal Coles. Ich müsste A zu zweit wahrscheinlich halten. Der ist lang drin. Noch mal nachgemollert. Alleine gerade noch. Zwei da, drei da. Der hat gerade noch mal oben im Auto gemollert. Das heißt, der wird relativ schnell Banane sein, ja? Und noch Gold, Alter. Das wird hier ein schöner Spray von mir. Wolltest du ein Auswertchen legen? Okay. Du bist... Wie soll ich denn sprayen, wenn einer vorher so einen Rennsound macht? Arsch. Lass mal kurz bleiben jetzt. Lass mal noch eine Echo machen bitte. Also auf zwei, mit den Smokes und so runter. Ja, wir holen diese Runde jetzt. Noch eine Echo? Ja. Okay. Ich habe noch mal eine Flash. Setz sie gut wieder mit... Stopp mit der Blau-Gang-Flash. Ich muss überlegt haben. M-hm. Wacht noch nicht stark. Die Kinder hast noch eine E? Nein. Nein? Die Smoke hier unterkommt mit der Boiler. Ich möchte gleich Boiler. Ja. Heal-Granade-Manale, Mann. Ja, wir müssen alle oben. Er bankt raus. Ich habe die geladen. Könnt schon oben ziehen. Ich bin von... Da. Na. Ich halte... Von vorne und links. Die erste Kante raus. Vorsicht, ich halte dich. Ich bin gerade wegen Smoke. Aus, Bananen. Ich habe Bananen. Eine Bananen. Wer steht in der Mitte, wenn du willst. Ich smoke einfach Bananen. Nein, nein, nein. Ist der weggegangen, komm oder durch? Scheiße ist nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, Lohlen. Hier, Ebon. Geht der Slow? Schieb doch nicht raus. Nein, der Slow auf dir. Er ist richtig Slow. 3 gegen 3. Wir kommen wahrscheinlich gerade Mitte. Brotze schieben. Einer oben, Epps. Dicht, Mann. Nicht laufen. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Denk ich auch. Willst du ein bisschen brutal noch mit einer Tabsenflash da rumgehen, Nico? Okay, du hast eine Endos von dem Gürtel. Alles Gucci. Ich bin natürlich Slow. Einer geht in den Haus rein und einer geht in den Boiler rein. Nese Runde. Einfach so schlimm. Ja. Naja. Nur diese drüber, Dach, diese Dachflash. Gibt ihr die, ja? Ja, mach. Warte. Aber ich kann denen das nicht zeigen, ich gucke, ihr macht ja eh mal das Flash. Okay, ich kann es. 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 Smoke oben allein. Ich habe Flash für dein Zement. Flash braucht noch ein Zement. Alleine, alleine, alleine. Ich kann euch oben gleich flashen. Nein. Ich kann es nicht. CK aber jetzt. Hier schon, oben rechts. Bang aber hier links. Nice. Zñaabend. Vorne links, glaube ich frei. Mach nochmal einen, über das Vor- und unter dir Nico. Ich kenne mich nur death, Tom. Ich sehe nichts. Gut. Einer bangt von hinten. Mhm. Dann kann ich... Bin deathparty. Ist gerade einer, Nico. Ja. Einer lang schon. Gibt mir meine Flash flash. Gibt mir meine Flash lang, Tom. Ja. Isso war der. Banane unten, leider. Banane unten, leider. Ja, ja. Er ist echt baum, mann. Ach, mann. Mach mal lang offensiv, Tom. Dann können wir uns für zwei nicht gehen. Dass du sie hast. Ich hab zwei Fläschten, Kehle. Einer durch, glaube ich. Der war noch leicht. Cool, schon, cool. Bravo, dann. Ich hab kein Aiming, Alter. Ich leg auch, vorne. Ja, eine, du verliegst. Legst du, Tom? Nee, du hast ja Vollequipfen. Ja, aber ich hab Dings nicht. Ich kann keine Auge legen, Mann. Ja, lege ich dir in der AK, jetzt leg die Scheiße, Mann. Ich lege den hier. Aua, lecker, Limi. Lukas. Und schiff mal, bitte. Block mal bitte, bitte. Morlo, HE Banane. Sonst leise gerade. Bitte, schnelle Smoke. Die kommt wahrscheinlich hoch. Throwing fire. Vielleicht action schnell, Tom. Abgemolot. Hat low. Langhand rein. Haus raus. Gibt mir Gesicht, Alter. Haus kommt. Haus und Action. Drei Leute da. Sand, Haus, Action. Ich krieg das Gesicht hinten, Alter. Ich krieg das Gesicht hinten, Alter. BOM, HE SPENTENVOLIENT. Das safe, auf jeden Fall. Ja. Ich kriegt eigentlich mit allem zu Ende extinct, oder? Ja. S Ich apologise! Blog rein! Gute Nacht Sattel, Action und Haus schon drin. understands? Hey. Tun das ist nicht dabei! Mikrofon muted. Teddy, gute Nacht. Mikrofon activated. Wie hast du Action geflaght? Ja, ich dachte am Schlitz... Also vor Heuwagen oder eher so Rücken? Nee, eher vor Heuwagen. Ich hab voll reingeguckt, Mann. Ach, sorry. Ich dachte halt, sie kommt Rücken. Ich glaube, wenn du rumsmogst, reicht es. Machen sie den Smoke vor oben oder so. Die Mon und E, alles hier ab. Ich meine Mitteflash. Ja, Flash kommt. Er ist voll zu close, voll zu close. Keine Mitte gehen. Er hat hit. Mitte rum. Auf geht's. Auf geht's. Mal ein Action mit mir. Einer noch mindestens Banane. Wie klappt er dich so? Mit unten. Nice, das war der von mit unten. Die Quarty. Da sind die Banane reingelaufen auf jeden Fall. Schnellige Smoke, die kommt. Ich hole ne F-Sau. Oben. Bei euch. Nee, ich glaub, ich hör dich steppen. Nice, Tom. Wo war ihr euch da? Link. Ich leg, ich leg. Danke, Tom. Machen wir einfach nur Doppel-Naden, Nico. Ich glaub, es reicht. Gehen die D-On. So viel rein. Die werden wieder mit 4 Banane sein. Ja. Einfach nur naiden und Damage machen. Ich moore die auch. Ich moore die auch. Ja. Banane keiner. Vorsicht da, Vorsicht da. Ja. Da ist glaub ich ne Boiler drinne. Bitte blind. Ich smoke agenten ab. Action rum, Action rum. Er ist rippen. Ich werf mal hier Bandenflash. Ja. Wie ist nur so? Ich hab Rückenflash übergesandt. Wir haben unterhand. Smoke. Smoke mir hier unterhand. Flaps. Action weiter. Geboostet. Noch einer Action. Er tippt doch schon. Ich flash Action kommt. Action 2 durch. Da kommt einfach rein. H esc. Spots. Fliethof. Mitten nach, glaub ich. Fliethof. Einer war viel zu fällen. Ich hab's frei. Bis zum nächsten Mal.